Die Pilates Trainingsmethode basiert auf Präzision, Konzentration und neuromuskulärer Körperkontrolle. Dabei schaffen Sie im Training eine wohltuende Balance zwischen intensiver Kräftigung und Dehnung der Muskulatur und sorgen somit für einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Wir bieten Kleingruppentraining bis maximal sieben Teilnehmern an. So garantieren wir eine individuelle und präzise Begleitung in der Übungsausführung. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich unserer präventiven und rehabilitativen Arbeit liegt im 1 zu 1 Training an den originalen Pilates Geräten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Massageangebot umfasst zum einen die Scherzo-Behandlung, die auf dem Hintergrund in der Ineallehre den Körper durch Druck und Bewegungstechniken in ein energetisches, geistiges sowie muskuläres Gleichgewicht zurück. Ein weiteres Angebot ist die Behandlungsform Myofascial Release. Hierbei geht es um ein gezieltes Lösen myofascialer Verklebungen und Restriktionen, wodurch eingeschränkte Bewegungsmuster aufgelöst und Schmerzen gelindert werden können. Aktivieren Sie Ihre gesundheitlichen Ressourcen, lernen Sie Ihren Körper neu kennen und trainieren Sie in einer angenehmen und persönlichen Atmosphäre. Hier bei uns in der Pilates-Praxis Schwerte.